Na komm her. Jetzt habe ich das Gefühl, ich gehe. Jetzt rupelt das Ding. Jetzt rupelt das Ding. So. Hunger hat es auch. Okay. Nummer 3. Nummer 3. So. Schauen wir mal, was hier läuft. Schauen wir mal, ob es läuft. Rohstoff. Wieso ist es auch Schnee? Da stehe ich nicht ganz. Ich bin weil es ja wieder Sommer gewesen eigentlich. Warum sind wir Schnee? Hallo und. Oh, der ist ein Schild dabei. Das ist ein komischer Viech. Ja, ich verstehe es nicht, dass so wenig Leute hier das Spiel sehen wollen. Weil an sich... Metall ist voll. Echt, weil die Metall ist voll? Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Und... Oh, mein Haus ist da hinten. Oh, wer ist da? Ja. Was weiß ich jetzt? Ich weiß nicht. Oh, was weiß ich! Oh, der ist das Ding? gar nicht so neuerüstung ich kann nur so bauen gegner ein bogen ist ganz gespannt auf den ok was willst du denn jetzt hier na komm her noch einer na von denen kostet die steuer grün grün aber nix blaues ich will aber effektifische sachen haben nicht irgendwelche mussten will ich sagen episches gelb warum ist da ein feuer interessant dass hier so viel zeug auf dem wohnen liegt einfach mal und oben liegt ja auch noch rum ein toter oger ist mein toter oger ist ein guter oger hehehe so die achse ist schon erwischt weil ich weiß lina ich bin hier beruhigt die blaue waffe ist auch nicht so besonders so inventory erstmal mal gucken ich habe bisschen Hunger da kann blau lohnt sich nicht also blau ist echt ich muss mal versachenlos werden also standard sachen halt ne nicht braucht als wenn ich sowas hätte sehr guter zustand auch und brauche ich nicht fackeln wenn du bewertet mhm leder behalte ich noch das auch so ungewöhnlich blausern sind besser als ungewöhnliche sachen sind langweilig irgendwo ist hier ein scheiß drache mal wieder in der nähe der luft irgendwo da ich frage mich wo der hinläuft da fliegt immer der drache gehen wir hier rum jetzt ich jetzt mich auf ich es ich ich es ich 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 Mh.. Musst du sortieren? Ja, willst nicht. Mh, hm. Da, du... Er ist nur ein Bücher. Noch ein paar Leute hier zum Töten. Kann die sein, dass... Verstehe ich euch nicht. Jetzt fliegt schon auch was für Luft rum. Schießt wieder einer Pfeil auf mich, wa? Ja. Kriegst du unter Papa Stuhl? Ja. 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 Neue ja. Grüne Sachen. ich müsste langsam ein haus zu hause finden lehrer das ist Sooo... 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 Das ist auf Level 16, ey. Das ist hart, ne? Level 16 erst. Das, was ich erst auf Level 16 machen kann. Das ist echt hart. Rüstungen. Habe ich auch keine. Lagerfeuer. So, erstmal mal gucken, dass ich mir ein bisschen Platz schaffe hier. Halb. Die verglasse ich noch. Sooo... Spielst du wie Minecraft? Nein, Talia, es ist nichts für dich, das Spiel. Seltene Waffe. Ja, was denn? Ja, krass. Jetzt habe ich wieder Platz gemacht. Ein bisschen bei mir. Mein Tal ist so voll. Jetzt machen wir das wieder hier rein. 99 davon. 99 davon. 41 davon. 18 davon. 71 davon. Habe ich davon schon noch welche? Habe ich schon. Kann auch weg. Das kann auch weg. Das werfe ich weg. Ah... Das ist auch... Ungewöhnliches. Aber nicht selten ist das Aufruf. Hallo. Hi Gold. Tofen. Got you on the luck all day. Ah, thank you. So. I search epic weapons like that here. That's epic. Oder EPOS Waffe. German EPOS Waffe. Epic Weapon. Das ist das Waffe. Waffe. Das ist das Waffe. Das ist das Waffe. Das kann man sich dadurch bekommen. Und dann hat ich noch mehr. Neue. Ich hoffe, ich finde viele Waffe. Mit dieser Waffe. Ich hoffe, ich finde viele Waffe. Neue Waffe. von diesem Waffe. das ist ein Weapon, das ist ein Legendary Weapon, better than that, but Epic is extremely good, but Legendary is the best Weapon that I can get in this game. And now I will build new Weapons, for that I need many things, I have a ship, I go on water, otherwise there is something else going on here, there are other things here, standards. So now I will build better Weapons, and I hope I found one's Weapons, or better when the promise is one. 24, it's all Leder for, I need leather. So... ... 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 Hm. Gewöhnlich. 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 Hm. Hallo, willkommen. Hi, see you. Oh, wir haben. Hm. Hm. Äh. Das werde ich loswerden hier. Schild. Ist zwar auch nicht schlecht, aber gibt bessere. Haben wir schon bessere. Das werde ich jetzt wegwerfen hier. Wieder das da und das da. Ist weg. Das freu ich nicht. Das ist weg. Nein. So. So. Ausgestattet. Hmm. Hmm. Behold the rain, models. Das ist weg. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Grün und blau lohnt sich nicht Söpfer 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 So wegwerfen noch mehr Holz da bräuchte ich Level 11 für das muss ich ja bald schaffen, ne? Hä, wäre das da hinten fast nicht vorne gewesen? die hier das was Ja, ja. Verdammtes Viech. Wie ist es der Miserable Gott, der Sie sich von Ihrer Grafik verabschiedet hat? Du shall die, Peter! I will die! Not blood except for death! I will die! I will die! No! No! Woah! I sense Asgardian energy! No! Miserous feets! To think you would want Asgard's feets! Das ist okay. Das ist okay. ich verstehe das alles nicht so ganz irgendwie blockiert weil meine zuschauer blockiert ich weiß nicht kurz vor also fließt guck das ist kein einziger mehr das ist nicht normal ja 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 Ja. Wollte ich rein, naja macht da nichts, schon eine Nacht. Es wird schon wieder Nacht. Hier war da irgendwie das schwer abgerissen? Nee. Okay. Was ist denn... Du bist Viech, ey. Ja. 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 Was? Ich hab wie würde... Ich glaube, der trifft mich. Ich muss ein Haus rein. Oh, das ist denn. Ja. 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 Das war's für heute. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es kalt ist. Das ist ja ein Lunch. Ich weiß nicht, ob es kalt ist. Darf ich mal kurz einmischen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es kalt ist. 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 Hallo, hallo, willkommen. Hallo und willkommen zu Rune 2. Okay. Suche nach Epic Weapon. Ich weiß nicht, ob es kalt ist. 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 Ich möchte, ob es kalt ist. Ich möchte keine Ahnung, ob es kalt ist. Da sind Kalt. Löffel 16. Ich habe doch nicht einen Helm gehabt eigentlich. Ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Der hat Level 11 war, der Helm, leider. Der ist besser noch als der Helm, oder? Der hat jetzt 44 und der hat 47. Nein. Hm. 3 und 5. Ungewöhnlich. Das habe ich hier auch. Hände habe ich schon wieder. Für die Hand habe ich nichts, ne? Ist das richtig? Habe ich auch eine Kiste drin für die Hand? Ich glaube schon, ne? Das kann auch weg. Ich habe nichts für die Hand. Das da kann auch weg. Warum habe ich das? Das kann auch weg. Für die Hand habe ich nichts, ne? Ich habe etwas Doctors. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Ich 엄마 culpeschön. Ich habe es nicht so gut. Ich brauche es in die Hand, aber das vielleicht noch nicht reinpacken. Ja, Niko! Kann auch weglaufen werden. 5,13, also 13. 4. 5,14, was habe ich für eins? 26. 14, 12, 8, meine Schuhe haben 7, wir haben 8, 4, 18, 19, 20, weiter runter, ich gehe jetzt mit Westerlisten ja werden, was ist das hier? 24, 26, 27, 26, 12, 12, Verteidigung. 23, jetzt habe ich nur um welche belegenen Waffen. 20, 23, 19, 22, 21, 20, 24, 24, 24. 24, wenn man Rüstung hat, 21, mehr Ausdauer, 20, Stiefel 21, meine haben 7. 21, aber 21er Schuhe sind schon gut, ne. So, da freue ich noch einen Armschutz, hallo, willkommen. 19, der ist bei 4, bringt gar nichts, 2, 13. So, das ist es. So, Schildchen, ich habe ein Schild gehabt, da. So, 3, 7, und ich habe Schuhe mit mehr. Der hat 24, und ich habe hier auch 24, was ist das Wort hier 10? 15, 21, 21, 22, 14, 23, 24, 25, 23, 24, 35, 25, 26, 26, 27, 28. Sehen, also, ich habe hier etwas tro India und Sie machen 1iarunter. 25, 23, 25, 25, 26, 27, 28. 26, 25, 27, 28. 25, 26, 27, 28. 27, 28, 29. mit standardmäßigen sachen nicht loswerden könnte noch die dann ist alles schon verbessert wie so noch etwas werfen hier schütze aber kein schutz noch habe ich Ja, schön egal. Ich sag gleich alle. So, jetzt mal wieder in die Kiste packen. Oh, das kann ich nur wegwerfen. Das halte ich auch noch weg. So. 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 Schild. Ah, gleich kommt der Zwischenkampf, war ein Kampf. Das ist sehr wichtig, wieder da. Hehehe Scheiße! Ich habe die Bauch. Mein Gehirn... ... verrückt. ... 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 Das war's für heute. Ness... Dissolution! Okay. Well done. I don't know. I'm still there. I'm still there. I'm still there! Oh, my God! It's been a long time. Das war's. so was machen kann man jetzt gegen macht diese große viecher sondern da machen das verstehe ich nicht immer den kopf rein ich habe die musik von viele schon aber es geht gar nicht naja aber ich halte irgendwie kriegen noch mal dass wir wieder aus dem hales oder in der zwischenwelt kann wieder runterlaufen das ist voll ärgerlich eigentlich man ich brauche viel mehr energie ich suche die epischen sachen die waffen ein paar habe ich ja schon gefunden aber wir fehlen auch einige zwei ewige waffen habe ich also zwei zwei ewige waffen ja to have frost ist ein frostriesen tsch tsch Scheiße. Ich hasse diese gelben Wächer. Die kann man nicht besiegen so einfach. Meine Energie oder so ist auch nicht so stark, meine Magie. Ich seh gerade nichts, aber gut. Tierhau aus Leder. Was ist da? Hm, ich brauche mein Lagerhaus. Wo ist das denn? Hm. Wo ist mein Lagerhaus? Verdammt mich. Hey. Dankeschön. Wir hatten jetzt... Thank you for raiding. Thanks so much. Nice to see you. Oder Host, danke für den Host. Thank you for the host. Danke für den Host. Ich muss bei ihm gucken hier. Ich habe doch hier... Irgendwie... Ach, nicht schon wieder. Ich werde doch mal in Ruhe jetzt hier sortieren. Mensch. Hallo und willkommen. Hi. Dankeschön, Neo. Neo, mio. Ich sage Neo. Neo hat so viel cooler an. Dankeschön. Ich habe jetzt noch kein... Was denn das? Ja, ich suche ja eigentlich jetzt hier epische Sachen. Ich habe ja ein paar epische Sachen. Habe ich ja hier. Zum Beispiel der Hammer hier. Der. Das ist ein episches Teil. Nur der ist so langsam. Das ist das Problem. Frostschaden hat der aber nochmal 42. Und der hat hier 34... Auch Frostschaden. 34. Und der hat 42 Frostschaden. 31. 43. Wenn ich es langsam wäre, die Waffe würde ich die nehmen. Das ist eine epische oder ist eine legendäre Waffe. Das ist eine epische oder so, wenn man so sagen kann. Epochale. Und das ist eine legendäre Waffe. Wie war die Ablo eigentlich? Legendär ist das älteres, noch besseres als legendär. Aber die habe ich nicht gefunden. Die gibt es erst ab Level 16 oder so. Oder 18. Thomas Hammer. Ja, ja, genau. Das ist was eine Richtung, ne? Das ist aber hier. Iki heißt der aber. Ich habe das nicht. Malmier habe ich nicht. Noch nicht. Aber den gibt es bestimmt auch noch hier. Aber hier gibt es noch einen anderen. Das ist hier ein starkes Ding. Eigentlich nur. Aber ich kann auch einen Hammer bauen. Also von daher. Ich muss mal kurz gucken. Ich muss mal ein paar Rohstoffe eigentlich loswerden. Platz haben hier drin, weil gleich will ich mich kämpfen. Und dann muss ich wieder ein bisschen Platz schaffen. Aber erstmal, was ich brauche, ist Nahrungsmittel für Energie. Und zwar, ich hoffe, ich kann das überhaupt machen, jetzt hier. Da sind die. Das brauche ich. Also das heißt, ich brauche noch mehr von dem Zeug und die Frau Papier. Damit ich welche machen kann. Ja, aber der ist gleich wirklich langsam. Das ist das Problem hier. Ich kann ihn mal ausrüsten. Wenn ich den erstmal gerade drin habe. Eigentlich müsste sie sehr. Ich habe ja zwei. Dann mal die. Jetzt muss ich ja gerade gucken. Ich muss mal gucken. Das ist eine Axt, das ist kein Hammer. Noch nicht. Auch wenn sie aussehen wie ein Hammer. Das ist kein Hammer. Wieso hat der denn? Eine Axt ist das. Das ist kein Hammer. Aber ich dachte, die wäre ein Hammer. Deswegen habe ich ihn nicht benutzt, weil der Hammer extrem lahmarschig ist. Und das nervt dann. Ich habe schon wieder keinen Armschutz. Es ist schon wieder kaputt, der Armschutz. Ich glaube es nicht. Scheiß Armschutz. Der hält nichts aus. Ich muss mal gucken. Was brauche ich für einen Armschutz? Will ich so viel einpacken? Armschutz. So. Der ist 13. Da brauche ich Leder und Kupfer. Dann machen wir einfach Silber, Leder, Kupfer. Mal gucken, was dann daraus wird. So. Mal eben schärfen das Ganze. Damit es wieder besser funktioniert. Und jetzt versuche ich mal, einen Armschutz noch zu brachsteln. Weil die brauche ich unbedingt, den Armenschutz. Aber dafür brauche ich erstmal Rohstoffe, wie ich eben sagte. Das brauche ich für Energie. Das ist das. Das brauche ich. Eisen. Der nehmt ihr mal mit. Aber ich brauche halt Kupfer. Eisen. Eisen. Kupfer brauche ich. Feuerschad. Mal gucken, wie ich die... Die kann ich dann einsetzen, verbessern. Ich kann auch die Axt hier nehmen. Mit 43er stärkerweise. Also den wird es jetzt 10. Aber das ist halt nicht so lederruhig noch. Und Kupfer. Kupfer. Steinbrocken. Feuerstein. Kann ich Feuer mitmachen? Wo ist ein Kupferstein da? So. Jetzt mach ich mal ein bisschen Kupfer basteln. Schutz. Armschutz. So. Ich hab ein paar Sachen schon hier. Ist doch nicht so, wenn ich kein netter. Der hat jetzt einen Schutz von 94. Lohnt sich nicht. Level 13 kommt die nächsten frei. Die nächsten frei dann. Ja, aber... Ähm... Muss ich grad mal gucken. So. Mal so. Ich stehe hier nicht neben. Das ist auch richtig ausgerüstet. Ist auch... Die auch stärkeren gibt's grad nicht. Jetzt kann ich lieber wegpacken. Den Rest. Erstmal. Ich muss ein bisschen... Schlachten hier. Ja, noch ein bisschen. Das hätte man mal in der Stadt angreifen muss, ey. Hier hab... Äh... Vorricht hier, glaube ich, ne? Habt ihr nichts zerstört. Was ist das denn? Da würde ich Tieren-Denks haben. Tierhaut. Tierhaut. Ah, warum heute? Tierhaut. Ganz viel. Mal gucken. Lass mal machen. Hier den Viech da. Kaputt. Ja, komm her. Ist kein Tierhaut. Ist Menschen. Ich brauch aber Tierhaut. Mal gucken. Irgendwie hat hier Twitch-Probleme mit dem ganzen Programm hier. Mit den Followern und sowas alles. Weil, äh, die Followern mit, ähm, den Zuschauern. Weil, man hat Zuschauer drin, aber die werden nicht angezeigt. Und die werden auch nicht gezählt, vor allen Dingen. Na, kommt. Kommt wer? Ich brauch Tiere. Tierhaut. Seit ein paar Tagen geht das schon so. Normalerweise hätte ich schon längst, äh, Affiliate gehabt, normalerweise. Aber, durch den ganzen Kack hier, dass diese, äh, Zuschauer nicht gezählt werden richtig. Bin ich runtergefallen. Und hab's noch, äh, kurz bevor, äh, Affiliate geworden, äh, wurde ich... Da hab ich wieder, äh, Zuschauer verloren. Weil die nicht angezeigt werden. Und das ist ärgerlich. Weil sie mal schon mal sehr viel hier. Weil, jetzt hab ich nicht gesehen, ey, den Arsch. Man sieht ja auch nix, ne? Hey, war der ne komische Schneesturm. Ja, war der ne komische Schneesturm. Das ist doch, was da hinten hinzugehen. Das ist doch, was da hinten hinzugehen. Ich sollte vielleicht halt mal zurückgehen, noch ein bisschen was, äh, an der Kieninger herstellen. Ach. Ja. Ja. Oder. Ashley At Vielen Dank.